Willkommen liebe Leute, es ist heute mit Retrophäe-Tip hier und mein letztes Mal Würze des Lebens. Dafür müsst ihr insgesamt 9 Nebenoperationen abschließen. Dazu zählen die ganzen Konvois dazu, also 4 Stück an Konvoi-Arten und 5 ganzen Nebenoperationen von den Rebellen. Unter anderem als Konvoi müsst ihr zum Beispiel das hier haben, Nahrungspakete, müsst ihr einmal überfallen. Dann genauso auch hier wie, äh, da hier diesen Treibstoff, müsst ihr überfallen. Dann haben wir hier noch die Funkausrüstung irgendwo als Konvoi. Äh, hier fährt über Schweine rum, Funkausrüstung und so weiter. Also die ganzen Konvois müsst ihr hier schnappen, im Sinne hier dieser Ressourcen, also Brennstoff, Medikamente, Funkausrüstung und Lebensmittel. Insgesamt jeweils 1, insgesamt 10 Stück davon zu überfallen, wäre die Trophy Straßenräuber. Aber 4 benötigt ihr für die Trophäe, äh, Würze des Lebens. Und sobald ihr die 4 jeweils einmal gemacht habt, müsst ihr natürlich auch die ganzen Rebellendinger machen. Unter anderem diesen hier, Nebeneinsatz Verstärkung, dann haben wir hier Nebeneinsatz Mörser, dann haben wir Nebeneinsatz Fahrzeugabwurf, Nebeneinsatz Aufklärung und sonst hier schaut es jetzt gerade hier mager aus, was das hier Ganze betrifft hier. Fahrzeug, äh, ja, anders gesagt, zeige ich euch das gerade mal hier. Diese Dinger hier, Fahrzeugabwurf, Verstärkung, Mörser, Ablenkung und Aufklärung. Ablenkung, Ablenkung finde ich jetzt hier gerade in diesem Fall nicht. Ach, Mist, jetzt bin ich hier rausgegangen. Fail, naja, ähm, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also kurz umgesagt, sieht man jetzt auch hier eine Fertigkeit bei der Rebellenunterstützung. Einmal Fahrzeugabwurf, einmal Verstärkung, einmal Mörser, einmal Ablenkung, einmal Aufklärung. Die 5 Dinger hier müsst ihr machen. Ebenso dann halt auch allgemein diese 4 Convoys, um Würze des Lebens hier freizuschalten. Es kann natürlich sein, dass die Trophy ein bisschen verpackt ist, was das Ganze betrifft hier. Aber ihr müsst halt 4x ein Convoi machen und 5x jeweils das hier, diese ganzen Nebenoperationen von den Rebellen, die man natürlich anlocken kann mittels den weißen Ausrufezeichen, die man hier verhören kann. Dann werden die Rebellenoperationen freigeschalten, sobald man das hier auswählt. Und dann seht ihr zum Beispiel das hier, dass ihr das jeweils hier einmal machen müsst, ne, die ganzen Dinger hier, und dann anlockt die Trophy-Würze des Lebens. Genau, was ich sagen wollte, es kann natürlich passieren, dass es in dem Fall nicht vorkommt. Dann müsst ihr in diesem Fall auch mal noch die ganzen Nebeneinsätze machen, wie jetzt das hier zum Beispiel auf dem Flugfeld, ähm, dass den Lebensmittelüberfall mitstellen, sie das Flugzeug, kann passieren, dass es so ist. In meinem Fall, der aktuelle Bestand ist es nicht mehr so. Wenn es so sein sollte, halt, macht die Nebeneinsätze mit dem Flugzeug, beziehungsweise mit den Helis, wenn ich da jetzt mal gerade noch eins finden würde, das hier, ähm, macht die mal noch mit. Alternativ, sollte die zwei eigentlich nicht dazu zählen. Normalerweise mitstellt sie den Hubschrauber und, äh, stellt sie das Flugzeug. Na, die normalerweise nicht, aber kann passieren, deswegen hier, wenn die Trophy nach den Neuen genannten nicht aufploppt, macht diese beiden noch einmal mit und dann habt ihr die Trophy definitiv schlussendlich safe. Jo, wünsche euch viel Spaß mit, mit Würze des Lebens, haut rein, Servus und tschö. Und so auch, wünsche euch viel Spaß mit, mit Würze des Lebens. Und so auch, wünsche euch ein Issues!